Thema Design, Look. Warum sehen denn alle auf dem Markt der helllichen Hufschuhe so langweilig und so hässlich aus? Die ersten Schuhe sind in den 60ern entstanden. Der Herr Dalmer war einer der ersten in Deutschland, der einen Schuh gemacht hat. Was hat ihn bewegt dazu? Er hat kranke Pferde gehabt, hat die Möglichkeiten gehabt und hat den Dalmer Klöck entwickelt. Das ist ein Schuh, der ein Stück weit die Form folgt, der Funktion, also typisch männlich, brauchte nicht unbedingt die Farbe zu haben. Der Herr Rohner aus der Schweiz hat einen tollen Schuh gemacht, der auch mehr den Bedürfnissen entspricht für die Schweizer Armee. Und der hat dann auch nicht unbedingt den Farbtreffer gelandet damit. Heute werden immer mehr Schuhe entwickelt, die modern und auch etwas mehr Farbe kriegen werden. Und ich gehe mal davon aus, dass im nächsten Jahren jedes Jahr Schuhe auf den Markt kommen, die auch den modernsten Modetrends folgen und viel Farbe bieten. Gerade Pferde und der Pferdesport ist ja was sehr Ästhetisches. Was macht denn da Horse Boots in Zukunft, die Alpha Horse Boots? Wie werden die aussehen? Das Tolle ist bei uns beim Alpha Horse Boots, der Gator ist ja jederzeit wechselbar. Also hat er auch die Möglichkeit zu sagen, ja, mit der Frühjahrskollektion die Farbe zu wechseln. Wir haben uns da schon einige Sachen überlegt, sodass wir auch Sicherheitsfaktoren mit eingebaut haben, sodass da ein Lichtsignal, vielleicht genauso wie bei den Kinderschuhen, er tritt auf und das Lichtlein leuchtet, wie so ein Tannenbaum. Oder es kommen dann Applikationen drauf, die reflektorisch sind. Oder es ist auch in der Diskussion gewesen und dann kommt dann ein Schildchen drauf, Papis Liebling oder sowas drauf. Das heißt, nichts ist unmöglich, alles vorstellbar. Nichts ist unmöglich, genau. Das heißt, nichts ist unmöglich, alles vorstellbar.